So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge. Eben habe ich mit Hannes noch gestreamt, chill mit Ramses. Und jetzt gibt es natürlich schon wieder Neuigkeiten, denn diese Woche startet ein neues Event, das Wasserfestival. Das Wasserfestival war das erste Event in Pokémon GO, wo es Shinies gab. Denn zum allerersten Wasserfestival damals wurde Carbador als Shiny eingeführt. Carbador war das allererste Shiny im Spiel von Pokémon GO, was es je gab. Das hat an einem Wasserfestival stattgefunden. Zu späteren Wasserfestivals gab es dann noch Sachen wie Valma oder so, wo ich immer dachte, ja, das kriegt vielleicht mal ein Seaday. Ah, verdammt, jetzt gibt es das so bei einem Event. Mittlerweile weiß man ja, dass Sachen, die es vorher schon als Shiny gibt, auch dann wieder bei Seadays kommen können. Aber man gewohnt ist jetzt, dass zu vielen Events einfach Shinies released werden. Was jetzt auch ist und es gibt auch wieder ein kostümiertes Pokémon, es gibt neue Pokémon. Ich bin schon gespannt. Das Ganze geht, wie gesagt, am Donnerstag los. Und guckt euch mal dieses schöne Bild an hier von Labras mit Schal. Mit Schleif, mit Schal, mit Schalschleif, mit allem drum und dran. Das Wasserfestival kehrt in Pokémon GO zurück und bringt 2022 die Debüts von Labras mit Schal, Araqua und Aranestro. Mir sagt das beides mal nix. Noch nie gehört, sieht auch komisch aus. Sieht aus hier wie ein Alien mit einem Helm. Irgendein Außerirdischer auf dem Rücken von Labras drauf. Pass doch auf, was du da machst. Aber die Daten natürlich sind hier wichtig. Am Donnerstag, dem 12. Mai geht das Ganze also los von 10 Uhr bis Freitag, den 20. Mai. Das ist sehr gut. Das geht ja eine ganze Woche. Das heißt, man könnte trotzdem sogar am Dienstag und am Donnerstag in der Woche darauf Labras-Rates machen. Also für alle, die sich wundern, diese Woche habe ich ja jetzt schon Mega-Tour-Doc angekündigt am Donnerstag. Mega-Rates, wer da noch Energie braucht, kann da gerne mitmachen. Diese Woche werde ich keine Labras-Rates machen. So, nächste Woche wäre ja aber noch Zeit am Dienstag und Donnerstag. Jetzt. Pokémon-Debüts, Labras mit Schal, Araqua, Aranestro werden ihre Debüts in Pokémon GO geben. Labras mit Schal natürlich, als Shiny verfügbar. Araqua, Aranestro das erste Mal da, also nicht als Shiny. Das legendäre Pokémon Kapu Kimme, der Schutzpatron der Insel Pony, wird erstmals in Raid-Kämpfen erscheinen. Das ist also der letzte Kapu, bevor dann alle Kapus nochmal zusammenkommen. Der ist jetzt dann auch wieder zwei Wochen da. Auch wenn das Wasai-Festival um ist, wird der trotzdem natürlich da sein. Der kommt ja auch jetzt schon morgen am Dienstag und nicht erst am Donnerstag. Viele werden sich dann nur den Pokédex-Eintrag sichern. Der ist sicherlich jetzt nicht irgendwie gut oder stark oder sonst was. Aber, ja, macht einfach Labras-Raids, wenn ihr Bock habt, weil das ist einfach ein cooles Pokémon. So, Schillernde Bittora. Es gibt ein neues Shiny auch. Schillernde Bittora. Mit etwas Glück könnt ihr in Pokémon GO zum ersten Mal schillernden Bittora begegnen. Ist auch ein Pokémon, was man sehr selten findet. Was beim letzten Event, als es neu dazukam, überall rumlag, dann im Prinzip wieder verschwunden ist. Jetzt beim Wasser-Festival dann wieder auftaucht. Sollte man nutzen, wenn man noch ein gutes sucht. Wenn man noch Bom-Moms braucht. Oder jetzt auch, wenn man dann eben ein Shiny möchte. Es wird eine globale Herausforderung geben. Äh, vom Mittwoch, dem 11. Mai bis 21. Mai. Ja, fangt einfach alles, was ihr seht. Insgesamt, wenn 600 Millionen Wasser-Pokémon gefangen werden, wird während des Event-Zeitraums dann auch doppelte Fang-Bom-Boms aktiviert sein. Das macht man ja jetzt nebenbei. Ihr werdet den Fortschritt sicherlich dann immer sehen. Fangt einfach so viele Wasser-Pokémon wie möglich. Es wird eine weitere Spezialforschung geben zur Alola-Jahreszeit. Die Spezialforschung zur Insel Pony. Bei jedem neuen Kapu, der reinkam, gab es ja eine Spezialforschung, um euch im Prinzip die Geschichte der Inseln und des Kapus, der gerade drin war, ein bisschen näher zu bringen. Finde ich eigentlich cool gemacht, gerade weil das ja vier Schutzpatronen waren, dass die ganze Jahreszeit über die Alola-Region diese vier Kapus alle ihre eigene Forschung hatten. Also es ist schön gemacht. Ich hoffe, ihr lest euch immer auch durch, was der Professor da sagt. Es wird auch wieder eine befristete Forschung geben. Während des Events ist eine befristete Forschung rund um das Fangen von Pokémon verfügbar. Als Belohnung für den Abschluss gibt es 50 Mega-Energie für Garados, 1000 Erfahrungspunkte, 1000 Staub und eine Begegnung auch mit Labras, mit Schal, sowie einem Araqua. Vielleicht gibt es ja jemanden, der direkt aus dieser befristeten Forschung am Ende ein Labras in Shiny bekommt, mit Schal. Das wäre natürlich sehr cool. Schocker der Woche für Raider Mittwoch. Wilde Pokémon. Was gibt es denn jetzt überhaupt für Pokémon, die auftauchen? Wo hat man die Möglichkeit auf die neuen Shinies? Tentacher, Flegmon, Goldini, Sternlu, Carbador, typische Wasser-Pokémon, alle auch aus der ersten Gen, tauchen also auf in der Wildnis. Alle können Shiny sein, wisst ihr ja, alle Kando-Pokémon sind in Shiny verfügbar. Dann haben wir Meryl, Lothurzel, Kanivania, Weilmar, die in Shiny verfügbar sind. Dazwischen reiht sich Gewa ja ein, was es noch nicht als Shiny gibt. Schallquap, Bittora, auch als Shinies. Schallquap, da müsste ich ein bisschen nachhanden, nicht wegen dem Shiny, aber da fehlt mir noch ein Hunder da und ein paar XL. Bittora eben das neue Shiny, was ihr aber wild bekommen könnt. Und Araqua, was neu da ist, deswegen nicht als Shiny, aber joa, was findet ihr, wie findet ihr Araqua, findet ihr das cool, findet ihr das nicht cool, wie sieht das aus? Also irgendwie sieht es sehr speziell aus auf jeden Fall, diese komischen, giftigen Farben, die es auch hat. Mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon, Quapuzzi, Mantax, Marmolita. Wer noch kein Shiny Mantax bekommen hat von der Jodo-Tour, könnte jetzt die Gelegenheit also nochmal nutzen. Mantax auch, auf jeden Fall dann ein sehr cooles Pokémon als Shiny. Raidkämpfe. Raidkämpfe Stufe 1. Baldorfisch, Weilmar, Parfi, Iguana, Wuffels. Also Wuffels, habe ich ja schon immer gesagt, Wuffels eilt eigentlich nicht. Meiner Meinung nach wird Wuffels mindestens die komplette Alola-Jahreszeit verfügbar sein und in Raidkämpfen auftauchen. Und er ist immer noch da, es geht immer noch weiter mit Wuffels. Müsste man also jetzt auch nicht während des Events raiden, könnte man wieder, wenn das Event vorbei ist, raiden. Immer noch in der gleichen Jahreszeit. Wer Shiny Baldorfisch vielleicht noch braucht, Weilmar, ist schon lange drin, Iguana, Parfi gibt es ja nicht als Shiny. Raidkämpfe Stufe 3. Wer hat noch kein Alola-Reitschuh? Könnte man sich gönnen, wer das Shiny sucht? Embagador hat es sie, der ja zumache. Ja, kannst du wild natürlich da deine Merrill fangen. Kappa Loris, auch irgendwo alles eigentlich nicht so wichtig. Labras mit Schal. Ich glaube, das wird für viele das Highlight sein. So wie damals eben Wuffels Raids gemacht wurden, werden viele sicherlich jetzt Labras Raids machen. Labras hat an sich auch mal einen Raid Day damals gehabt. Jetzt mit Schleife kostümiertes Pokémon. Ihr wisst ja, viele regen sich da immer auf. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich werde gucken, dass ich da eins bekomme. Ich werde aber trotzdem mit dem Main-Account nur Kabukime-Raids machen. Vielleicht kommt da ein Hunderter. Ich werde auch nur meine zwei täglichen Pässe immer raushauen für Kabukime. Ich werde mit den kleinen Accounts aber wieder gucken, dass ich Shiny Labras mit Schal bekomme. Dafür habe ich da immer Coins drauf aus den Arenen. Die werden täglich gesetzt. Und wir das dann halt einfach rüber tauschen. Was werdet ihr raiden? Habt ihr Bock auf Kabukime? Habt ihr Bock auf Labras? Werdet ihr weiter Wuffels raiden? Wer macht hier Alola-Rai-Chu-Raids oder Baldorfisch sogar? Schreibt es mal in die Kommentare. Mega Raids. Mega Tour-Dog, wie gesagt, ist drin. Wer da noch was braucht, werden wir Donnerstag machen. Hannes ist da diese ganze Woche. Deswegen wird es da nicht so lange Streams geben, aber trotzdem jeden Tag einen Stream. Also mache ich da Mega Tour-Dog mit dem Hannes zusammen. Sitzen wir dann hier, labern ein bisschen mit euch. Und wer da noch einen Mega Raid braucht, kann diese Zeit gerne nutzen. Macht das wirklich am Donnerstag und kommt nicht in den anderen Streams. Und Eier. Sieben Kilometer Eier, jetzt wo ich sie alle voll habe. Enton, Azuril, Mantirps, Hydrobi, Barschwa, Bittora, Perlu, Sterndu. Eigentlich auch nichts Interessantes, großartig dabei. Wieder viel Zeugs, was ihr eben auch wild fangen könnt. Pokémon bei Feldforschungen, da ist noch interessant. Da ist auch Labras mit drin. Du musst also nicht zwingend Labras-Raiids machen. Ihr könntet auch Labras aus den Feldforschungen euch ziehen. Es gibt ja jetzt viele Spoofer zum Beispiel, die sich immer Listen im Internet raussuchen, wo Labras-Quests gelistet sind, gehen zu diesen Quests, holen sich die ab und wenn sie drei Stück haben, lösen sie die Quests, um dann daraus das Shiny Labras zu ziehen, um keine Raid-Pässe auszugeben. Lustig ist natürlich, wenn die Quest heißt, gewinne einen Raid. Dann müssen sie ja doch, um die Quests zu lösen, einen Raid machen. Ich weiß jetzt nicht, welche Quest das dann sein wird. Das werdet ihr im Event sehen. Ansonsten kriegt ihr da auch Carbador, Canivania, Weimar, Libiskus, Pitora, Araqua und vor allem mit etwas Glück, Merl, was halt so ein ausgelutschtes Pokémon ist, auch wenn es süß ist, trotzdem, wer jetzt noch keinen Shiny Merl hat, weiß ich nicht. Gibt es jemanden, der keinen Shiny Merl hat von euch? Schreibt es mal rein. Aber Labras, hier eigentlich auch das Highlight dabei, schließt bestimmte Feldforschungsaufgaben ab, um Mega-Energie für die folgenden Pokémon zu erhalten. Mega-Energie für Turdok, Mega-Energie für Garados. Garados immer mitnehmen, kann man oft einsetzen. Turdok momentan auch als Wasserangreifer, trotzdem immer noch sehr gefragt. Und Event-Boni. Regen-Module halten während des Events zwei Stunden lang an. Ich glaube, ich habe bisher in meinem Leben nur einmal ein Regen-Modul gemacht, um Viscora zu entwickeln. Danach nie wieder. Mehr XL-Bonbons für ausgebrütete Eier. Die wollen euch wieder an die Brutmaschinen. Obwohl, für was wäre das jetzt gut? Wenn ich zwölf Kilometer Eier wieder brüte, dass ich mehr XL bekomme. Aber für welche Pokémon eigentlich? Ich weiß es nicht. Gar nur will. Hey! Aber ich habe ja keinen Hunder da. Doppelte Bonbons für das Ausbrühen von Eiern. Also, da wird wieder viel auf die Brüder gelegt. Neue Avatar-Artikel habt ihr hier auch. Guckt euch das an. Ihr könnt euch auch einen Schal zum Wasserfestival dann holen und euch auf den Kopf setzen, wo der Schal hingehört, damit die Haare zusammenbleiben. Und ansonsten war das das Event. Habt ihr Bock? Hannes, hast du Bock? Ja, sicher. Was willst du raiden? Capokime oder Labras? Äh, Capotora. Ja, Hannes ist schon in der Zukunft, ne? Ja, ich bin schon etwas weiter. Aber wenn dann alle Capos nämlich gleichzeitig da sind, möchte ich, und Hannes auch gesagt, dass Capotoro das Coolste von den ganzen Capos war, man weiter versuchen, Capotoro Hunder da noch zu bekommen. Ganz gemütlich. Nicht übertreiben. Übertreiben dann erst, wenn es als Shiny auch verfügbar ist. Aber trotzdem, neues Pokémon, eine neue Entwicklung, ein komplett neues Shiny mit seiner Entwicklung auch noch. Und dann noch ein sehr beliebtes Pokémon, was immer wieder geht, übelst süß ist und aus der Kando-Region mit Kostüm als Shiny. Also dieses Event hat trotzdem viel zu bieten. Was sind eure Favoriten in diesem Event? Was werdet ihr jagen? Was werdet ihr raiden? Was sind eure Ziele? Schreibt es mal rein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes. Ciao. Ciao. Ciao.